Hallo, ich bin's wieder, Eberhard aus Eberswalde. Heute mit einem anderen Eber aus Eberswalde, und zwar dem Ricardo Krems. Es ist der Sohn des Veranstalters. Hallo! Wie geht es dir? An sich ganz gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Wir sind ja echte Eberswalder Eber. Ja. Sag mal, kämpfst du heute auch noch? Nee, ich kämpfe nicht mehr. Ich habe heute Morgen zusammen mit Sascha Tech Team gekämpft und kämpfe jetzt nicht mehr. Wie war das mit dem Tech Team? Wie meinst du das? Hast du gewonnen? Nee, leider nicht. Wir haben verloren im Finale. Das gäbe es doch gar nicht. Schade. Aber hat es Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Es ist doch eine ganz saugeile Veranstaltung. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Tschüss. Ciao.